Ah komm, wir fliegen einfach zur Raumstation. Das sind genug Leute, die wir kennenlernen können. Mindestens sieben. Offline? So. Ich wollte ja feil. Puh! Passt so schnell. Aufgesetzt. Umgedreht. Rausgesprungen. So. Quatschen wir mal unsere Heinis voll hier. Ja, moin! Da komm schon mal weg. in handels posten mit dem noch mal 1000 units schickes das ist alles gar nicht mal so schlecht und gleich haben wir die Aufgabe voll will ich noch mal nach dem Weg und Kapsel was da stand irgendwas mit upgrade Eisenmeilstein nicht der Filter 10% plus wenig das ist hier mach mich nicht das Relikt kann ich glaube ich noch verkaufen ach stopp ich hätte ja noch verkaufen Raumschiff kann ich auch noch machen und zwar haben wir da ja und zwar haben wir da ja das Platin behalten wir wie verkaufen wird selber glaube ich erstmal nicht bald können wir erstmal gebrauchen ich weiß nicht das Gold brauchen wir auch noch nachher für irgendeine schwierige Sache nicht hier ist einfach mal anstrengen Ähm, nee, da kommen wir jetzt nicht hin. Okay, hier ist anscheinend nichts. Dann gehen wir rüber. Hat bestimmt noch mega viel Platz. Man muss hier mal so umgucken, ne? Oh, ha. Das ist ein billiges Schiff. Das ist halt der Standard-Schiff. Ja, ja. Da fällt nichts mehr. So, wir hätten hier den Waffen-Magger, ne? Gucken wir mal kurz, was er hier hat. Immer noch die 300er, das ist doch... Und Schadenspotenzial vor allen Dingen ist auch schon ganz schön hoch. Aber viele Plätze sind da nicht mehr, unbedingt. Fortgeschrittener Minenlaser. Wirナ bumma. Okay. Um. Im. 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 Schnellfeuerwaffen aufsetzen, um die Multi-Wirkt zu nehmen, okay. Hm. 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 Also das wäre auf jeden Fall praktisch. Streu-Blaster. Na komm auf, dann muss ich euch Zeugen mit dem. Hm. Lass uns das erstmal. Achso, warte mal, was ist denn hier mit Upgrades überhaupt? Äh, Komponenten kaufen. Scanner, Scanner, Bergbau. Schnellfeuerwaffen auf. Schnellfeuerwaffen auf. Schnellfeuerwaffen auf. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich denke, es passiert eh nichts mehr in den Reihen, ich muss sowieso werden dann erst. Ja, ist einfach so. Was haben wir denn hier? Wirtschaftsscanner Teleporter-Empfänger, Konfliktscanner ist auch nicht so. Wirtschaftsscanner. Ja, ja. Ich wollte an die Große, kannst du die Kugel aufgeladen und per Tiki darf einfach runtergehen. Oh cool. Hier im Antrieb. Ah, okay. Was hast du denn so zu meinen Anzugsachen? Können wir denn da noch Schönes holen? Ein Schildgitter. Das hat auch was. Ah, Kovacs Rang. Ah, okay, okay. Haben wir das Schild? Das kaufen wir uns auf jeden Fall. Nimm das Erhaltungsmodul plus 3. Wir machen jetzt. bewegungsmodul es ist das denn höher als das extrem äußerst hat aber weniger prozent ok warte mal bildstärkige kerngesundheit krankapazität dem zur haltungsverbrauch geschwindigkeitsschubdauer ok da wir ja eh nicht genug nanit haben wo wo naja natrium diode hier irgendwas zum oder doch 2 8 5 1 7 2 8 9 1 fliegen wir los zu uns ein signal die los hier die los hier los signal wo ist mein signal ich habe viele signale jetzt also erstmal muss ich zu meiner anomalie glaube ich wieder zurück steht geht er bauen sind die mission wo ich das ding ist genau hier zu welter mann mal die zurück ja ich bin sie da auf dem weg auf stunden mensch wenn noch mal kurz aufhören für sie ja sieh sieh Fast dagegen geknallt. Fast dagegen geknallt. Yo, ich habe hier ein paar Daten für euch, Jungs. Hi. Aber es ist noch die gleiche. Sorten übertragen. Wie er sich freut. Jo, was nehmen wir jetzt? Ich nehme eine Raumschiff-Technologie, glaube ich. Exo-Anzug, ich weiß nicht. Was bräuchte meine beim Exo-Anzug? Gerade, Moment, gerade nichts. Ich glaube, Raumschiff-Technologie anfordern. Ja, komm, machen wir so. Ja, ey. Der Reporter-Empfänger. Wie ist denn los? Können wir jetzt nur noch diese drei Dinger... Ach, die haben wir jetzt natürlich nicht geholt. Ah, das ging immer noch nicht, ne? War nichts. Sollte ich mal mit ihm sprechen? Oh, ha. Wollst du noch was? War ich schon... Okay. Hm. Dann bin ich dafür, dass wir noch mal was auf... Ah, nee. Starten können wir ja noch genug. Hä? Igen haben wir hier auch noch ordentlich. Ähm. Projektile könnten wir noch machen. Kohlstoff haben wir auch noch ein bisschen. Verdichteten Kohlenstoff haben wir noch. Kohlenstoff haben wir noch. Hm. 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 Hä? Und sie die Entdeckungssäule? Also die... Die hier, oder was? Hm. Die! Die hier! Die hier! die entdeckungsseite um uns sehen kannst du entdeckt hast ja deckung entdeckung und dann willst du mich doch wollen okay Das sind irgendwelche neuen Sachen, jo jo, irgendwie mich das Ding hier vertrauen glaube ich Wir können uns jetzt erstmal auf den Planeten auf